Wir können uns allerdings das Schulflugzeug das fliegende Klassenzimmer nicht kaufen. Wir können die Erde nicht wirklich aus der Luft betrachten. So schön es wäre. Klar kriegen wir das hin. Eure Maschine ist startklar. Ihr fliegt nach Frankreich und besucht das Haribo-Museum. Und dem Flieger gebe ich eine Schulstunde. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020